Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Die Siegel Online. Im heutigen Video geht es natürlich wieder weiter mit den Umbaumaßnahmen nach dem Sommerevent 2023. Und wie ich im letzten Video angekündigt habe, werden wir heute den Sektor 1, sprich den Sektor vor dem Rathaus und den darüber, den Sektor 4, mit den Gebäuden füllen, die wir letztens versetzt haben. Hier mal eine kleine Zwischeninformation. Ich habe hier meine zwei Eisenwaffenschmieden hingestellt, beziehungsweise ich hatte alle eine. Und eine baue ich hier gerade noch zusätzlich aus. Dann sechs Kupferschmelzen. Hier Stahlwaffenschmieden und drei Bronzewaffenschmieden. Das heißt, dass hier einigermaßen die Waffenproduktion von den normalen Waffen her komprimiert ist. Hier drüber kommen nun die Feinschmiede. So langsam nimmt das auch wieder Sinn und Verstand sozusagen. Es bildet sich halt ein Bild der Vollkommenheit, würde ich jetzt sagen, dass es übertrieben ist. Aber mir gefällt es so langsam, aber sicher. Und einen Feinschmied hätte ich hier noch. Den weiß ich nicht, ob ich den noch abreiße oder hierhin versetze. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Daher lasse ich das erstmal hier so stehen. Kommen wir nun mal zum Weihnachtsmarkt. Dort setzen wir die Akkibusen. Nicht die Akkibusen, die Pulvermühlen natürlich. Ich verwechsel die immer. Setzen wir die jetzt nach und nach hin. Ich habe insgesamt zehn und hier passen die perfekt hin. Das heißt, ich werde das jetzt mal da hinsetzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Neun stehen da schon. Eine hatte ich noch beim Liebesbaum. Die wird natürlich jetzt da herausgenommen und hier hingestellt. Ihr sehen könnt, ich habe insgesamt jetzt zehn Stück. Drei habe ich nachgebaut. Sie leveln auf Stufe sechs. Und dann habe ich hier ein schönes Bild von den ganzen Pulvermühlen. Und auch hier eine kleine Anmerkung, warum ich die Lager-Tümmel extra so lasse. Zumindest diesen hier. Da dieser komplett von der Pulvermühle überdeckt ist. Das heißt, er stört da auch nicht wirklich. Und das ist mir auch wichtig gewesen, dass man dann trotzdem eine Produktivität hat. Und dass man das kaum einfach sieht. Nun bin ich an einer Stelle meiner Planung, wo ja viele Sachen einfach mit beachtet werden müssen. Zum Beispiel in diesem Weihnachtsmarkt möchte ich halt keine Waffenproduktion haben. Da ich in Sektor 9, das werde ich euch jetzt auch hier zeigen, meinen zweiten Weihnachtsmarkt habe. Dort sollen halt Damascener Waffenschmieden sein. Und die Platin zum Teil. Das heißt, die Margoni-Sägemühlen, die acht Stück, die werden versetzt. Wahrscheinlich zu dem Weihnachtsmarkt vom Rathaus. Das muss ich mir gleich noch überlegen. Und die Platin-Schmelzen. Die kommen hier wahrscheinlich auch hin. Das heißt, ich habe nur hier diesen Weihnachtsmarkt für die Waffenproduktion. Weil der Hintergedanke ist einfach, dass ich hier auch noch eventuell meine Schneekugel mit rein stelle und diese dann ab und zu benutze. Oder noch im Hinterkopf habe ich noch, dass ich die Weihnachtsbäckerei zum Weihnachtsevent 2023 hier mit integrieren möchte. Und das hier etwas erweitern werde. Aber das steht noch in den Sternen. Das muss ich mir noch überlegen. Weil dieser Sektor wird halt auch noch umgebaut. Hier natürlich auch. Aber ja, dieser Übergang ist halt so, ja, sehr kritisch bei mir. Weil ich halt nicht weiß, wo ich was jetzt am besten und sinnvoll hinstelle. Ohne, dass ich das zehnmal hin und her stelle. Auf jeden Fall kann man sagen, dass schon mal eine weitere gehobene Werkzeugschmiede hier hingestellt wird. Wie ich ja im letzten Video schon mal gesagt habe. Gesagt, getan. Wir werden die Maguni-Sägemühlen zu dem ersten Weihnachtsmarkt setzen. Das werde ich natürlich dann jetzt einmal so machen. Nun haben wir noch acht Plätze frei. Diese fünf auf dieser Seite. Und hier unten drei bei dem Weihnachtsmarkt. Und ich habe auch die nächsten fünf Gebäude da schon mal ausgesucht, die da hinkommen. Und zwar die drei Fertigungsanlagen. Da ich die halt nur, oder die werden halt für die Elite-Kaserne, speziell für die Belagerer, gebraucht. Und da ich eigentlich so gut wie nie Belagerer verliere, reichen mir drei absolut. Daher reicht das auch beim Weihnachtsmarkt mit dem 300%-Buff. Der Wanderliebesbaum ist halt 1000% und da brauche ich definitiv nicht so viele von. Daher mache ich den Platz lieber frei für weitaus bessere Gebäude. Daher die Fertigungsanlagen und zusätzlich, beziehungsweise die Erklärung auch hier, die Fertigungsanlagen brauchen halt Wagen, um zu produzieren. Das heißt, ich werde natürlich auch hier die Wagenproduktion mit in den Weihnachtsmarkt interagieren. Und es sind dann halt insgesamt fünf Gebäude. Nun haben wir noch drei Plätze frei und ich habe mich gerade dazu entschieden, die verbesserten Satzschmiede dahin zu setzen. Ich habe zwei auf Stufe 6, wie man hier sehen kann, und zwei auf Stufe 7. Die sind natürlich noch im Liebesbaum, aber ich werde natürlich die der Stufe 7 versetzen und dort hinsetzen. Und da das Problem ist mit der, ja, ihr seht ja schon, die Stufe 7 sind rot und die Stufe 6 sind blau. Das heißt, entweder muss ich mich entscheiden, den einen noch auf Stufe 7 zu bringen und einen abzureißen. Aber ich werde erstmal den leichten Weg gehen. Ich werde erstmal einen hier noch hinsetzen. Dann habe ich den kompletten Weihnachtsmarkt vollgebaut. Diese meisten Gebäude, die ich natürlich jetzt hier versetzt habe, sind natürlich noch von dem, ja, Weihnachtsmarkt oder Liebesbaum betroffen. Das heißt, die werden dann später natürlich ausgestellt, so wie die Pulvermühlen. Und dann kann ich die natürlich immer wieder anschalten, wenn ich sie benötige. Und die Priorität ist hier natürlich dann, Weihnachtsmarkt 1 wird das dann hier, also sprich da, wo die Waffenproduktion stattfinden wird. Und vom Rathaus, sprich dieser hier, wird dann der Weihnachtsmarkt 2. Und dieser wird dann halt auch regelmäßig angeschaltet. Und da ich ja eine Abklingzeit von 3 Stunden 30 habe, ist das eigentlich eine sehr gute Kombination, beide Weihnachtsbäume dann nach dieser Abklingzeit auch parallel laufen lassen zu können. Und da wir gerade schon mal hier bei dem Thema sind, ich habe ja gerade gesagt, ich werde wahrscheinlich hier einen Satz Schmied abreißen. Das werde ich jetzt auch einfach machen, weil den hin und her schieben bringt halt auch nichts. So, da ist er weg. Der nächste Schritt, um den Liebesbaum zu optimieren, beziehungsweise erstmal hier die Sachen rauszustellen, was wir nicht mehr benötigen. Da fangen wir jetzt erstmal mit den gehobenen Werkzeugschmieden an. Die Kanonenschmieden und die Armbrustschmieden werden jetzt auch erstmal provisorisch irgendwo hingestellt. Das mache ich halt mit einem kleinen Schnitt und dann kommen die Blumenblätter hier weg und dann werden hier die Ackebusen einmal drumherum gestellt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das fertig ist. Die Ackebusen sind jetzt insgesamt 9 Stück versetzt worden. Diese sind hier um den Lager drum positioniert. Die beiden in der Mitte. Dort habe ich jetzt mich entschieden, dass ich die beiden Armbrustschmieden wieder reinsetze, beziehungsweise diese da reinsetze, weil ich nur zwei Armbrustschmieden habe, beziehungsweise auch nur brauche. Eigentlich brauche ich sie gar nicht, aber ich produziere sie halt einfach mal mit. Und die Kanonenschmieden, die vorher da waren, da ich ja noch etliche nachbaue, kommen die Kanonenschmieden halt an einem separaten Ort hier im Liebesbaum. Das werden wir aber dann bei gegebenem Zeitpunkt dann auch gleich noch machen. Oder im nächsten Video mal gucken. Weil einmal möchte ich die Markenprägen noch beim nächsten Mal mitnehmen. Das heißt, am nächsten Tag, also morgen, also zumindest für mich morgen, für euch halt ist es dann wahrscheinlich schon in der Vergangenheit. Aber das werden wir jetzt gleich mal herausfinden, wie es jetzt hier weitergeht. Nach einer längeren Gedenkpause habe ich mich jetzt entschieden, wie ich den Weihnachtsmarkt hier einigermaßen strukturiere. Und zwar die Platinschmieden. Ich habe ja hier insgesamt sechs und zwei baue ich hier noch. Die sind zwar erst auf die Stufe vier, aber diese werden natürlich auch mit nach oben wandern. Aber das sind dann insgesamt acht Stück. Diese werde ich hier hinbauen, von hier nach da. Das heißt, die Platinschmelzen werden gleich erst mal irgendwo anders hingestellt. Und die Damascena-Schmieden habe ich insgesamt zehn hier Stück. Und zwei baue ich unten auch noch aus, wo ich die Platinschmieden habe. Diese kommen dann hier hin. Das sind dann insgesamt zwölf Stück. Das werde ich jetzt mal machen und werde dann euch zeigen, wie das dann aussieht. So langsam wird es echt teuer, mit den ganzen Sachen zu versetzen, weil ich bin, glaube ich, mit 1,6, 1,7 Millionen gestartet. Das heißt, gute 500.000 circa nur fürs Umsetzen schon mal bezahlt. Das ist schon eine sehr hohe Summe. Allerdings habe ich es mir ja nicht anders ausgesucht. Aber das Ergebnis, was bis jetzt ist, sieht dann halt bei dem Waffenweihnachtsmarkt dann halt in Sektor 9 so aus. Ich habe die Damascena-Schmieden direkt auch schon mal hier hingestellt. Die sind ja fast fertig auf Stufe 6. Diese werden dann hier hingestellt. Ich habe dann zwölf Damascena-Waffenschmieden, zwei bauen noch aus und acht Platinen-Waffenschmieden und zwei werden noch auf Stufe 6 ausgebaut. Das dauert natürlich noch eine Zeit lang, aber wenn das mal fertig ist, dann läuft das auch. Was hier bedeutet, ist also, dass ich hier noch zwei Plätze für den Weihnachtsmarkt frei habe und hier also insgesamt vier Plätze. Diese drei Gebäude, also sprich die beiden Zimmermann und die Radmacherei, sind noch Ergänzungsproduktionen für die Kanonen. Das heißt, ich habe dann auch insgesamt vier Zimmermann und vier Radmachereien. Und ja, die werde ich jetzt erstmal hier so stehen lassen. Das heißt, ich werde erstmal den morgigen Liebesbaum nochmal abwarten weil ich hier die Markenprägen schon mal hingestellt habe, dass die zumindest einmal getroffen werden noch von dem Weihnachtsbaum, äh, nicht Weihnachtsbaum, von dem Liebesbaum, dass ich die Marken noch einmal mitnehme und dann kommen, also ist zumindest der Plan, dass die Markenprägereien dann alle in den Stern sammeln, weil ich dann genug Marken wieder angesammelt habe. Ich habe zurzeit 6.366, das heißt, morgen kommen dann nochmal ein paar dazu. und dann sollte das Projekt Großausbau Flusshäuser und Wasserschlösser und so weiter auch in Angriff genommen werden. Das werden wir aber in dem nächsten oder übernächsten Video erst sehen. Ich denke mal erst in zwei Videos. Das mal gucken. Ja, was bedeutet, dass ich den Weihnachts-, äh, den Liebesbaumplatz dann hier natürlich dann extrem viel frei habe. Zum Teil werden hier die, also ich habe hier noch zwei Titanschmelzen, die werden hier hingesetzt, wo die beiden Radmacher rein sind. Das sind dann zwölf Titanschmelzen und ich habe insgesamt dann sechs Ornament-Schmieden, die ich gerade noch nachträglich baue und zwei habe ich hier schon auf sechs. Das heißt, ich habe dann insgesamt, wenn die alle auf Stufe sechs ausgebaut sind, acht Stück. Die werden dann auch hier eben noch hingestellt. Ich muss nur mal schauen, wie, aber das wird dann in einem anderen Video thematisiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde das Video jetzt hier an dieser Stelle beenden, weil ich, wie gesagt, auf morgen den Liebesbaum abwarten muss und dann habe ich hier etwas mehr Platz und kann dann etwas besser noch planen. Ich denke mal, ich habe dann sogar noch genug Platz, um meine Produktion individuell, ja, noch zu erweitern. Das werde ich dann aber in den nächsten Tagen noch mal überdenken und auch, ja, nachproduzieren und aufstellen. Ich werde euch natürlich darüber auch berichten, in Videoform natürlich, aber an dieser Stelle soll es auch nun mal sein. Ich bedanke mich für euer Zuhören und Zusehen. Gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft kein weiteres Video mehr und gerne kommentieren und das Video liken. Ich bedanke mich schon mal im Voraus, hilft mir sehr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Auf Wiederhören bzw. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.